Ich gratuliere den Piloten und den Besatzungen, auch den Technikern sehr, sehr herzlich zu 25.000 Flugstunden mit dem Black Hawk. Ich sage herzlich Danke auch für das, was sie leisten, nämlich zum einen immer dann für Schutz und Hilfe zu sorgen, wenn es die Bevölkerung am dringendsten braucht, ob das bei Katastrophen ist, aber auch natürlich dann, wenn das Militär gefordert ist, für Schutz und Hilfe zu sorgen, dann, wenn es andere nicht mehr können. Ja, ich wünsche den Piloten, Besatzungen, den Technikern alles, alles Gute und herzliche Gratulation zu 25.000 Flugstunden mit dem Black Hawk. Ich wünsche auch in Zukunft alles Gute, vor allen Dingen aber auch, dass sie weiterhin auch für Schutz und Hilfe dann sorgen, wenn andere es nicht mehr können und für unsere Bevölkerung da sind. Glück ab, gut Land.